Wir sind hier neben mir ins Just-Real-Ding gelaufen. Zombie ist tot. Hauptsache, der ist mal... Ja. Das ist meine nette Markierung schon gesehen. Wie war das? Wir fangen an, ich habe keine Munition mehr. Ja. Dafür habe ich mehr als genug und jetzt hole ich mir ein paar, ein bisschen Humanity. Tu das. Ach, der Schweißerhelm ist ja niedlich, mein Kollege. Ja, ja. Manche Zombies finde ich voll geil hier. Definitiv. Muss man wohl sagen. Ich hoffe, man hört mich nicht zu arg knuspern, aber ich verhungere gleich. Ja, ja, passt schon. Deswegen isst man Chips. Ja. Mit viel Fett. Ja. Viel Kalorien sättigt ziemlich schnell. Das ist wohl wahr. Alter, jetzt habe ich vor mir selbst hier so einen Zombie-Berg liegen. Oh, ein Feuerwehrzombie. Tot. Vorhin ist mir ein Feuerwehrzombie hinterher gelaufen und während der hinterher gelaufen ist, hat er die Hutfarbe gewechselt. Geil. Ja, der hat halt Stil, ne? Ja. Könnte man wieder einen Humanity-Bonus vertragen. Ich habe erst 35 Zombies getötet. Ich habe jetzt gerade 12. Was, habe ich dich nicht getroffen? Jetzt aber. Oh, ich höre sich schon schießen. Wen hörst du schießen? Ich. Wo bist denn du? Schon fast wieder da. Ja, ich wusste ja nicht, wo du warst. Ich war ja in Graal-Tigaretten-Bug. Ja, ich bin auf dem Air-Fleet hier rumgeguckt. Auf der Suche nach einem DMR-Magazin. Was übrigens erfolgreich war. Das habe ich mitbekommen. Das habe ich gehört. Ah, da ist meine Munition. Ich bin auch ein Zombie mit. Yo. Wirkse mal die Waffe. Hier habe ich mehr Munition drin. Für was brauchte man nochmal 8-Round? Hä? Was? 8-Round. Pallets oder Slugs. Sind für die Remington oder für die M10-14. Oh, krach. Knack. Da kaufst du die Zombies. Ich glaube, das hat... Ich dachte, das hätte ich nicht verstanden. Doch, ich muss nur mal den Chip runterschlucken. Und zwar so ohne... Weißt du, kennst du das, wenn du nicht richtig kaufst und dann so ein ganzer Chip dir quer im Hals steckt? Ja. Tut einfach mal scheiße weh. Ja. Vor allem, wenn man das Gefühl hat, man kann nicht atmen. Und wenn man sich dann hinterher noch an Schokolade verschluckt. Dann kommt wenigstens der Chip gleich mit hoch. Und wenn man dann noch eine Gurke isst. Dann ist alles vorbei. Dann sind Schuhe dreckig. Aber nur, wenn man vorher noch einen Himbeer-Joghurt gegessen hat. Und Migräne hat. Und zur Gamescom möchte. Dann hat man versaute Schuhe. Ey, da fackt, wie hat mich der Zombie jetzt wieder getroffen? Ich weiß nicht mehr, wer es war. Aber ich glaube, Psycho meinte, das sah aus wie ein geplatztes Kokspäckchen. Sehr gut. So, jetzt gleich nicht erschrecken. Jetzt kommen wir in meine Richtung. Ah, okay, oder so. Jetzt ist mein Charakter erstmal aus Atem, ey. Ich kann doch mal stehen, Zombie. Hat jemand von euch was zu futtern eigentlich? Guck mal in die Starterbox. Habe ich nichts drin gesehen. Hä? Hat sie schon alles weggefressen? Anscheinend. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Hey, du stehst mir genau in der Schusslinie. Nee, die Enfield kann nix. Sie ist nur laut. Ach. Ach, nee. Oh, die ist stark. Gut, danke. War meiner. Hätte ich nur aufgetroffen. Aber jetzt habe ich wenigstens einen Bonus bekommen durch den. Na, ist er drin. Cat hinter dir. Gut. Nee, doch nicht. Jetzt aber. Ah, nee, das ist gar nicht Cat. Das war Mac. Wir sehen uns ja auch so ähnlich. Im Gras, ja. Du darfst ihren kantigen Hintern nicht vergessen. Ach, ja. Ach, ach, auf meinen kantigen Hintern, dann erkennst du mich schon. Der hat dir gerade die Erlaubnis gegeben, auf den Arsch zu glotzen. Ach, mache ich auch so immer. Cat, ich habe hier ein bisschen Humanity hinter mir. Ein bisschen Humanity hinter mir? Der Zombie, auf den ich gerade geschossen habe, ist instant despawned. Oh, fuck, ich habe den doch getroffen. Scheiße, scheiße. Ha, habe ich da nicht. Ich habe den Schweißerhelm. So, jetzt muss ich erst mal wegen Futter gucken. Äh, Giere. So, mal sehen, ob ich jetzt was sehe. Ja, ich wollte auch unteressen. Nö. Nichts am Futter. Hm. Auch im Auto nicht. Hey, Schatz. Ja, ich habe auch nichts. Gar viel, du isst zu viel. Ja, nein. Ja, nein. Hätte ich mir was genommen, war noch was drin in der Box. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich habe übrigens noch einen Zementmixer mitgenommen. Eigentlich mal reintun. Ach, jetzt probierst du deinen DMR aus. Willst du Kett treffen etwa? Du gehst nämlich gut in der Schussfliege. Nicht auf mich schießen. Dann schieß mal so aus dem Vermiss. The fuck? Bin ich getroffen? Nö, irgendwie nicht. Okay. Was haben wir jetzt eigentlich vor? Eigentlich doch jetzt hier Stein farmen und so. Brauchen auch noch ein Ding ans. Na was? Ein Blueprint. Ja, wir haben noch nicht eine Blueprint. Wir brauchen drei. Na, auf nach Beilauf, wa? Beilauf, fuck geil. Wir können ja auch einfach nach Sabina. Das ist näher dran. Können wir auch. Ich kann auch noch mal ein bisschen Humanity anlocken. Kommst du? Magfad. Hättest du dich gleich töten sollen. Vermutlich hier drin, oder? Ja, dich auch so. Ja. Ja. Jungs? Ich hab uns Humanity angelockt. Wir sitzen im Auto. Wir warten nur auf dich. Während ich hier sitze, schalte ich mal eben die Maussteuerung aus. Ich geh nochmal ganz kurz an das Gebäude, damit ich nicht gefressen werde, und dann komm ich. So. Weg damit, mit der Einstellung und die Einstellung bräuch ich auch nicht. Oh mein Gott, Multitasking. Oh, ich hab... Ne, heute hab ich kein Suspensorium an. Was? Suspensorium? Nein, kein Suspensorium heute. Nein, 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 nein. Auch nicht. Ach ja. Scheiße, ich blute. Ach, die Weiber immer. Ja, ich hab wieder mal meine Blutung. Äh, aber ich hab Verbandszeug dabei, glaube ich. Ja, hab ich. Okay. Alles ready? Au! Alles klar. Mein Freund hat mich gehauen. Verständlich. Oh, danke für deinen Beistand. Oh, Zombie. Oh, Zombie. Vorsicht, Kat, ich komm jetzt in das Haus. Okay. Ich hab nämlich auch mal ein paar Zombies weggemacht. So, und jetzt pack deine scheißli Enfield weg. Da kommt einer auf uns Zuge ran. Nicht mit der Enfield. Ich hab nichts anderes. Ja, dann hättest du mich machen lassen. Dahinten kommen sie jetzt wieder alle. Ja, ich hab noch immer keinen Humanity Boost gekriegt. Warte. Ja, was soll's? Du kannst doch gleich einen Sabina machen. Oh, ich hasse das, wenn die zickzack laufen. Ach, leck mich. Die zwei tötet ich noch, dann haben wir's. Sagst du, dahinten kommen schon die Nächsten. Jetzt stopp doch. Komm hier. Ich komm gerade. Hm, das ist falsch in Richtung. Hä, wo bist du? Ach, da. Okay. Ich bin soweit. Ich bin soweit. Falsche Richtung, Kat. Ei, ei, ei. Oh, der wuckt schön. Oh, ich hatte doch noch Revolver-Money. Stimmt, die hab ich ja aus der Storage-Box geholt. Ging die Frage gerade an uns? Weiß ich nicht. Okay, bin drin. Ist mir auch ehrlich gesagt stressigal. Oh, der ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Ja, da kann man viel erleben. Seitdem LP ihr auf dem Server. Mhm. Die Zombies holen bestimmt gleich ein. Meine Hand geht mal wieder sehr gut durch den, äh... Uhr-Löffel. Lalalalalalala. Ich muss nur schreiben, wir haben gedacht, du wärst ein Zombie. Hm. Obwohl, wir müssten eigentlich irgendwo hin, wo viel... Ah, obwohl ich weiß, wo wir hinfahren. Ach ja, wo fahren wir hin? Ah, Central. Da ist eine Menge von dem... Boah, wie ist das noch? Jetzt komm ich auf den Namen. Wir müssen auch nach Zement mit den Steinen, ne? Ja, sagen wir doch noch. Tö, wir brauchen jetzt noch Blueprint. Mindestens. Aber du könntest mir auch ein Bail aufgucken, weil ein Bail auf ist Dreck, die im Zement. Und wir sind auch schon fast da in Central. Wer sieht die Auflösung? Hä? Ja. Er spricht mal wieder in Rätseln. Ich weiß nicht, aber irgendwie ist er mir sympathisch. Irgendwie erinnert er mich auch an Rompe. Nee. Bis auf, dass Rompe nicht ganz so arrogant ist. Wolltest ich grad sagen. So. Bluten. Da wird jetzt eh noch nichts drin sein. Das ist mir auch grad aufgefallen. Wow, ich hab grad übelst einen FPS-Einbruch. Bin ich auch, irgendwie. Gut. Korrekt ausgedrückt hast du uns auch getötet. Und dich darüber beklagt, dass wir dann dich umgebracht haben. Der Server kackt wohl gerade ein bisschen rum. Ja. Bei mir nicht. Oh, Zombies im Haus. Nicht außen. Bin grad am Rauchen. Ich dachte eigentlich, wir fahren länger. Da war grad auch noch ein Zombie im Haus. Ich will doch jetzt nicht rein, wenn da einer ist. Ach, da oben. Da kommt die Treppe runtergewatschelt. Oh Gott. Oh Gott. Zombie leckt von Dach nach unten. Von Dach nach B. Äh, wer braucht den, braucht den nicht um für SA? Muni? Oder? Nee, warte. Keiner von uns hat das Traubchen. Keiner von uns hat das Traubchen. Ähm. Ähm. Jod. Jod. Oh mein Gott. Okay, weil die Leute hier zu netz sind, sollen wir auf einen anderen Server gehen, damit wir nicht enttäuscht sind. Aha! Weil die dann nicht flamen? Okay, ist flamen jetzt ein Bestandteil von einem Let's Play? Und vor allem flamen ein Bestandteil von DayZ. Das müssen wir ja nicht verstehen. Aber kontern können sie immerhin halbwegs. Boah, hast du mich erschreckt. Ja, nur die Rechtschreibung lässt etwas zu wünschen übrig. Boah, nix hier drin, ey. Das ist ja ätzend. Das stimmt sowieso. Also letztes Mal hatten wir auf jeden Fall unseren Spaß. Und heute auch schon. Ja, definitiv. Also Spaß machen tut das Spiel. Und wir sind auch alle drei nicht so gut. Blö. Mir ist doch ehrlich gesagt, scheißegal, wie gut die anderen sind. Also pfff. Ja, gerade Spiele, wo ich nicht gut bin, machen mir Spaß. Lustigerweise. Weil dann kann ich hier wenigstens dazulernen quasi. Und das Spiel bleibt interessant. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.